Hi, mein Name ist Werner Pöllart. Ich bin jetzt gut neun Monate unterwegs auf meinen Heldenreisen. Das ist jetzt die vierte große Etappe. Ich bin gerade hier in Tairo in Ägypten angekommen. Es ist echt spät nachts und ich wollte eigentlich gar kein Video mehr machen. Aber das krasse was auch heute passiert ist, gerade wie ich in München am Gate war und oben ins Flugzeug reingehen wollte, habe ich noch mal kurz Nachrichten geguckt und dann habe ich gesehen, kurz vorher ist in Brüssel am Flughafen und in der U-Bahn-Station eine Bombe hochgegangen. Und viele Leute sind dabei umgekommen. Und unser Boarding wurde auch abgebrochen. Wir mussten noch ein bisschen warten. Sie haben nochmal den Flug, den Flieger auf Bomben und was auch immer gecheckt. Und ja, ich meine, okay, in anderen Gegenden der Welt wie in Pakistan oder was auch immer, da sterben jeden Tag durch Leute durch westliche Drohnen oder durch westliche Soldaten, die da reingestürmt sind für die Leute dort. Das ist etwas total Normales. Bei uns in Europa ist es halt noch relativ ungewohnt. Und gut, es war auch nicht der erste Bombenanschlag und es wird auch nicht der letzte gewesen sein. Aber die Reaktionen, die dabei abgelaufen sind und ablaufen, sind wirklich ganz interessant. Und wir können viel auch aus so einer harten und viele auch traurigen Situation eigentlich lernen. Weil, hey Mensch, was bezwecken diese Arten von Attentaten? Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer die durchgeführt hat. Aber die zwei Hauptgruppen, die davon profitieren, das sind entweder die Terroristen, wenn es denn wirkliche Terroristen sind. Weil heutzutage der Übergang zwischen echten Terroristen und Geheimdiensten und staatlichen Institutionen ist leider im Moment oftmals fließend. Aber definitiv Terroristen profitieren davon. Aber auch die Staaten, auch die Sicherheitssysteme. Warum ist das so? Also für Terroristen, was wollen die erreichen? Die wollen uns einschüchtern. Die wollen uns Angst machen. Die wollen uns durch Angst kontrollieren. So, dass wir ihnen gehorchen oder dass wir uns nicht ihren Zielen entgegen stellen. Oder dass wir das tun, was sie von uns wollen. Aber generell wollen sie uns durch Angst kontrollieren. Das ist das Ziel von Terroristen. Aber das Tragische oder das Traurige ist, das ist auch das Ziel von den Regierungen, von den meisten westlichen Regierungen im Moment. Warum ist das so? Wenn ihr ein bisschen zurück guckt in die Geschichte, dann seht ihr, dass Regierungen oder das politische Führer oder was auch immer, die Völker und die Leute eigentlich immer durch Visionen geführt haben. Die haben ihnen dann eine bessere Zukunft versprochen oder eine bessere Zukunft zumindest in Aussicht gestellt. Das war beim Kommunismus so. Das war bei den Konquistradoren, die nach Peru gefahren sind so. Das ist eigentlich bei den meisten in der Vergangenheit so. Immer eine positive Vision und die Leute sind ihnen gefolgt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Weil um Visionen zu entwickeln muss man kreativ sein, man muss große Gedanken haben, man muss eigentlich schon ein starker Mensch sein. Heutzutage die meisten politischen Führer, die bringen das nicht mehr auf die Reihe. Und irgendwann haben sie herausgefunden, dass man Menschen genauso gut mit Angst führen kann. Wenn ich Angst habe etwas zu verlieren, wenn ich Angst habe von jemandem meinen Lebensstil, meine Sicherheit genommen zu werden, dann folge ich meinen politischen Herrschern, meinen politischen Führern. Weil die mir Schutz versprechen. Es ist aberwitzig, aber es ist so. Die politischen Führer machen uns Angst oder nutzen angsteinflößende Situationen, um uns zu kontrollieren. Um den Sicherheitsapparat auszubauen, um die Kontrolle der Menschen auszubauen. Weil wir denken immer so, okay, dann gebe ich halt ein bisschen Sicherheit ab, ein bisschen Freiheit ab, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Das Tragische ist aber, man kann nicht ein bisschen Freiheit abgeben. Entweder gebe ich die Freiheit ganz ab oder gar nicht. Eine Zwischenstufe gibt es dabei nicht. Und das ist die Gefahr, die halt immer in solchen angsteinflößenden Momenten liegen. Und das ist halt auch einer der Grund, warum Terroristen, aber leider auch Regierungen und Medien uns angsteinflößen. Weil wir dann, wie eine Schafherde, leicht zu lenken sind. Und was, worüber ich schon ein bisschen gesprochen habe, oder an einem Punkt, an dem man auch bei dem Heldenweg kommt, wenn man mal den Berg höher hinauf gestiegen ist, hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an. Dann ist es aber nicht. Aber dieser Punkt ist, dass man mal realisiert, dass wir selber, unser wahres Selbst, eigentlich unsterblich ist. Und wie gesagt, wie vorher viele Leute sagen, ah, das ist ja Religion, es ist ja Esoterik und bla bla. Ist es nicht. Wenn er nur von der Physik herangeht. Energieerhaltungssatz, eine der grundlegenden Sachen in der Physik. Ich kann ein Stück Holz verbrennen, aber es ist nicht verschwunden. Es gibt Wärme ab, es gibt Feuer ab, Asche bleibt übrig. Es verschwindet nicht. Es endet nur seinen Zustand. Und bei einem Menschen ist es ganz genauso. Okay, wir haben jetzt diesen Körper und irgendwann werden wir den nicht mehr haben. Aber es ist etwas von uns, was erhalten bleibt und was weitergeht. Wohin auch immer. Und das ist eine Erfahrung, die, das kann ich euch jetzt erzählen, aber glaubt es nicht. Das ist eine Erfahrung, die ihr erfahren müsst. Das müsst ihr euch selber arbeiten. Ihr müsst selber mit euch ringen, euch selber informieren und einfach selber das Leben, bis ihr es wisst. Ihr dürft es nicht glauben, ihr müsst es wissen. Da könnt ihr in die Natur gucken, da könnt ihr in euer Leben gucken, wo auch immer. An einem Punkt werdet ihr es lernen. Und wenn ihr mal gelernt habt, dass euer wahres Selbst unzerstörbar und unendlich ist. Dann habt ihr auch keine Angst mehr. Dann, okay, eine gewisse Nervosität in manchen Situationen ist ja noch da, aber eine gewisse Nervosität ist ja auch gut. Weil ihr unsere Sinne schärft und uns sagt, okay, hier ist jetzt etwas Wichtiges. Sei im Hier und Jetzt. Angst bringt uns ins Hier und Jetzt. Und das ist etwas Positives. Aber sie darf uns nicht hindern, unseren Weg zu gehen. Und dafür müsst ihr euch dieses Bewusstsein erarbeiten. Und dann kann euch kein Politiker, kein Terrorist oder wer auch immer durch Angst mehr kontrollieren. Dann seid ihr ein echt freier Mensch. Und nur hier ein Beispiel. Mein Gott. Jetzt soll uns Angst eingeredet werden vor Terroristen. Vor nur nicht langer Zeit. Im letzten Weltkrieg. Die Leute haben in den Städten gelebt. Die Frauen und Kinder. Und jede Woche, alle paar Tage, sind die feindlichen Bomber gekommen. Tausende von Bombern sind über die Städte geflogen. Haben ihre Bomben abgeworfen. Die Frauen, die Kinder, die Männer sind in den Keller gegangen. Es hat geknallt. Es hat gerumst. Sie wussten nie, okay, wenn eine Bombe, wenn es ein Volltreffer ist, sind alle tot. Es ist vorbei. Aber am nächsten Tag, nachdem es vorbei war, sind die Menschen wieder aus ihren Kellern raus. Die Schüler sind in die Schulen gegangen. Die Frauen haben aufgeräumt. Haben Trümmer beiseite geschafft. Haben auch die Toten beerdigt. Haben auch die Toten beweint. Aber dann sind sie wieder in ihre Arbeit gegangen. Und haben ihr Leben weitergeführt. Das muss man sich mal vorstellen. Sogar in so katastrophalen, so depressiven Sachen, haben sich die Menschen nicht zerstören lassen. Sondern sie haben ihre Leben weitergelebt. Und das, zu diesem Punkt müssen wir auch kommen. Wer auch immer uns einjagt, äh Angst einjagt, die Terroristen oder wer auch immer. Lasst euch keine Angst einjagen. Was auch immer passiert, ihr, euer wahres Selbst, lebt ewig. Lebt eure Leben weiter. Geht euren Weg weiter. Und macht trotzdem euer Leben zu dem schönsten und zu dem besten und zu dem großartigsten Leben, das ihr machen könnt. Okay. Das war mir nur noch wichtig zu sagen. Und, ja. Jetzt werde ich versuchen, eine Mütze voll Schlaf zu bekommen. Weil es ist schon echt spät hier. Und morgen geht es viel weiter. Also. Habt Mut, euren Weg zu gehen. Habt wirklich Mut. Und begebt euch in die Gefahr. Und habt auch ein kleines bisschen Angst vielleicht mal. Aber lasst euch von der Angst nicht leiden. Und habt trotzdem unter den schlimmsten und härtesten Umständen Freude an eurem Leben. Freude an eurem Lebensweg.